Teil 30 Das Ablenkungsmanöver Dienstag, 0 Uhr 10 Raymond klimperte auf der Fender. Madison begleitete ihn mit dem Luftsaxophon. Chrissy lag auf dem Bauch und zeichnete Mangas. Endlich tauchte Blue auf. Den Mann beschatten? Nee, jetzt ist mal jemand anders dran, wies Raymond Blues bitte zurück. Okay, ich mach's, übernahm Chrissy den Job. Und jetzt Brainstorming, ein Ablenkungsmanöver. Es war spät und ihren Gehirnen entwich wenig brauchbares Material zur Frage, was könnte die Aufmerksamkeit von Mrs. Dunsmith für mindestens fünf Minuten ködern. Das kann doch nicht so kompliziert sein. Eine ältere Frau hat sie Hobbys, fragte Raymond gereizt. Sie putzt gern, antwortete Blue. Ein Putzmittelvertreter? schlug Raymond vor. Die Blicke der Mädchen waren eindeutig. Wir könnten klingeln und für einen guten Zweck sammeln, fuhr er fort. Quatsch, in beiden Fällen könnte sie uns die Tür gar nicht erst öffnen oder gleich wieder vor der Nase zuschlagen, blockte Chrissy ab. Raymond verstummte beleidigt. Nach einer Weile saßen sie nur noch schweigend auf dem Boden. Chrissy fuhr den Laptop hoch und googelte Ablenkungsmanöver. Die ersten Hits waren Online-Schlagzeilen. Irgendwelche Politiker versuchten ihr Versagen zu vertuschen. Dann kamen interessantere Treffer. Eine Verzweifelte suchte nach Taktiken zur Vermeidung ihrer Fressattacken. Sie bekam allerhand Ratschläge von Mitleidenden. Heiße Bäder, Psychotherapie, Spaziergänge, Yoga, Blumen, Musik hören. Genau, wir brauchen eine positive Ablenkung, sagte Chrissy. Blumen? Ein Geschenk? Aber wer schenkt schon grundlos irgendwas, überlegte Madison. Rose kriegt ständig von irgendwelchen Kosmetikfirmen Werbegeschenke. »Kleine Täschchen und Spiegel, dämlicher Schnickschnack«, erzählte Raymond. »Werbegeschenke«, wiederholte Chrissy gedehnt. »Gar nicht schlecht.« »Ich hab's«, rief Madison. »Wir beauftragen morgen in aller Frühe den Geschenkservice von Harrods. Sie sollen um Punkt 9 Uhr Blumen und ein Präsent zur Firewall Street bringen. Mrs. Dunsmith könnte bei irgendetwas gewonnen haben. Der Gewinn wird von einem Harrods-Boten überbracht. Dem öffnet sie garantiert die Tür. Was meint ihr? »Die Idee hat was. Sie bekäme keinen von uns zu Gesicht«, antwortete Raymond. »Du hast nur vergessen, dass es jetzt schon nach Mitternacht ist. Das kriegen wir bis morgen früh nie auf die Reihe.« »Naja, es kostet wahrscheinlich mehr. Ich bitte James, die Blumen und Pralines für uns bei Harrods zu bestellen. Sie sollen alles am Dienstagmorgen um 9 Uhr in der Firewall Street 15 bei den Dunsmiths abliefern. Den Begleitbrief müssen wir allerdings selber aufsetzen. »James? Wer ist denn James?«, fragte Raymond genervt. »Ein James fehlte hier gerade noch. James arbeitet bei meinen Großeltern. Ein kurzfristig zu versendender Blumenstrauß nebst Praline-Geschenk ist nur ein Peanut für ihn, hoffe ich.« »Was hast du denn für Großeltern?«, fragte Raymond. »Hey, es gibt Wichtigeres zu klären. Der Vorschlag ist gut. Wir schreiben jetzt den Text«, unterbrach Chrissy das Geplänkel. »Liebe Mrs. Dunsmith, wir haben Sie als unsere millionste Kundin im schönen Monat Juli ermittelt. Aus diesem erfreulichen Anlass bedanken wir uns bei Ihnen mit einem Blumenstrauß und einer kleinen Überraschung. Wir hoffen, Ihnen damit eine Freude zu bereiten. Ihr Serviceteam der Londoner Shoppinggesellschaft.« Sie schickten die E-Mail zu Harrods. Dunsmith war im Bad und öffnete den kleinen Arzneimittelschrank. Er enthielt Hustensaft, Pflaster und Medikamente ohne Ende. Dunsmith fischte die Großpackung mit den Prostatatabletten heraus. Sie barg zwei volle Blister, einen Beipackzettel und eine in Watte gehüllte Kugel aus Schaumkoralle. Er zerrte einen Blister heraus, legte ihn aufs Waschbecken, nahm die Kette ab und stopfte sie mitsamt ihrem kostbaren Anhänger in die Schachtel. Den Blister schob er drüber. Dann verstaute er die Schachtel wieder sorgfältig in den Tiefen des Schränkchens. Er schloss ab und steckte den Schlüssel ein. Chrissy bog japsend in die Firewall Street und bezog gegenüber von Nummer 15 Stellung. Um sechs nach sieben wurde die Tür aufgerissen und Dunsmith eilte heraus. In der linken Hand trug er einen Aktenkoffer, in der rechten ein Stück Toast. Sie verfolgte ihn mit großem Abstand. Erst in der Nähe der U-Bahn-Station verringerte sie die Distanz. Es herrschte die morgendliche Rush Hour und dunkel gekleidete, ältere Männer wuselten in Scharen zur Arbeit. Dunsmith wartete mit mürrischer Miene auf die nächste Bahn, zwängte sich hinein und stieg wie erwartet an der Victoria Station um. Er ergatterte einen Sitzplatz und blätterte die ganze Zeit in der Sun. Kurz vor Vox Hall Cross faltete er die Zeitung zusammen, schaute auf seine Armbanduhr, stand auf und drängte zum Ausgang. Zielstrebig ging er auf das Headquarter des MI6 zu. Chrissy kramte ihr Handy heraus. Keine besonderen Vorkommnisse, ihr seid an der Reihe. Bis nachher, Madison legte auf und wählte die Nummer ihrer Großeltern. James stellte keine Fragen, sondern bestätigte nur mit wohlmodulierter Stimme ihre Anweisungen. Nicht schlecht. Kannst du den Typ immer anrufen und er erfüllt dir jeden Wunsch? fragte Raymond anerkennend. Naja, ich weiß nicht. Ich probiere das zum ersten Mal aus, antwortete Madison und holte ihre Jacke. Ich möchte auch so ein James, lamentierte Raymond. Es ist erst 8.30 Uhr. Wir können doch nicht die ganze Zeit zu dritt blöd rumstehen und zu dem Reihenhaus hinglotzen. Das fällt auf, machte Chrissy ihrer Ungeduld Luft. Wir müssen mitkriegen, ob alles klappt. Falls sie nicht aufmacht, tritt Plan B in Kraft, wandte Madison ein. Schon klar, aber wir sehen ja auch von der Hauptstraße aus, ob ein Lieferwagen von Harrods in die Straße einbiegt. Gegenüber der Kreuzung war eine kleine Backsteinkirche und Madison las den Gemeindeaushang, während Chrissy und Raymond die Straße beobachteten. Es war kurz vor 9 Uhr. Zehn nach 9 war immer noch kein Lieferwagen in Sicht. Langsam wurden die drei nervös. Im Pfarrhaus wurde ein Vorhang zur Seite geschoben und eine Frau linste zu ihnen herunter. Endlich! Kurz vor halb zehn bog ein heller Lieferwagen mit goldenem Harrods-Schriftzug in die Firewall Street ein. Der Wagen hielt vor der Nummer 15. Der Fahrer, ein älterer Mann, stieg aus und holte einen gigantischen Strauß weißer Lilien aus dem Heck. Er klingelte mehrmals. Die Tür öffnete sich einen Spalt. Mrs. Dunsmith guckte heraus. Verblüfft schlug sie die Hand vor den Mund und trat heraus. Der Bote überreichte ihr einen Umschlag. Sie riß ihn umständlich auf, schaute sich die Karte an und las die Zeilen. Strahlend nahm sie die Blumen in Empfang. Der Mann lächelte freundlich, ging zum Auto und holte noch ein Päckchen. Die beiden unterhielten sich eine Weile. Dann verschwand Mrs. Dunsmith im Haus, kam mit geröteten Wangen zurück und überreichte dem Boten ein Trinkgeld. Sie blieb in der Tür stehen und starrte dem Wagen nach, bis er außer Sicht war. Das war Teil 30. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scrumax.de